Frage ist nur wohin damit? Am besten in der Nähe von der Wirtschaft, genau von der Wirtschaft und von dem hier. Das ist irgendwo hier hin. Moment bevor. Kann ich denn jetzt mal hier inzwischen Bäume bauen. Jawohl. Kann ich. Das ist wichtig. Das heißt, wir brauchen einen Raum. Wir brauchen einen Raum. Nein, ich will den selbst bauen. Dankeschön. Aus Stein. Ah, Holz und Stein. Massen wir da ein bisschen Platz. So. Machen wir einfach mal einen vierkigen Raum. Gehen wir bis dahin vielleicht noch ein bisschen weiterziehen, weil dann können wir da noch Tische hinstellen. Ich glaube, das ist zu klein. Machen wir das so. Eins, zwei. Und der Rest kommt aus diesen hier für die Küche. So. Genau, da können wir nämlich Steinsäulen. Ich möchte Holzsäulen. In Schiefergrö. Und Steinmaterial aus Lilö. Was? Was? So dunkel? Es soll ja ein freundliches Ambiente sein. Machen wir das mal so. Okay. Vielleicht aber auch nicht. Kann man ja umfärben. Wäre jetzt nicht so, als wenn man darauf angewiesen ist. Okay. Das kann man so machen. Verzierung und so kommen gleich. Was ist denn, wenn wir das so machen? Nö. Nö. Warte. Wir machen das mal so. Überhang. Steigung. Mindesthöhe 5. Mindesthöhe 2. Bin mir nicht so sicher. Komm, wir machen das mal so. Dann packen wir hier die Fenster rein. So, für die Küche. Hier kommen die Fenster für die Leute rein, damit die rausgucken können. Breite Türen. Geht natürlich nicht mittig, also machen wir das so. So. Und dann. Jetzt müssen wir noch irgendwie Verzierung anpacken, damit es nicht ganz so öde aussieht. Ölverzierung, Verzierung, was ist mit dem denn hier noch? Das von hier zwei, so, so, so. Soll halt noch ein bisschen was ausziehen. Tägliches Update, wir haben nicht genug Essen. Habt ihr gehört? Pharma Market Boys, wir haben nicht genug Essen. Ah, da verkammelt schon das Essen. So viel dazu, dass wir nicht genug haben. Oh, shit. So, das kommt da hin, der kommt hier weg. So, eins, zwei, drei, letzte Chance. Oh boy. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn ein Licht angeht. Ob das aussieht, wenn ich hier noch irgendwas hinpacke? Irgendwie so. Wir sehen das in. Drei, sechs, sieben. Drei, sechs, sieben. So. So. Okay, was ist denn, wenn wir das so machen? Kann man tun. Machen wir hinten auch noch Fenster rein. So. Oh, hier hätte ich glaube ich lieber solche hier. So. 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 Das hat hier die Gühe. So. Damit das nicht so öde aussieht. Ähm. Dann muss ich natürlich hier auch noch was reinpacken. Oh. So. Da, da, da. So. Da, 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 da. Da, 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 da. So. Da, 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 da. So. Also hier fange ich jetzt an, die schön zu machen, aber die Dinger habe ich so gelassen. Naja, die sind ja auch nicht hässlich. Zur Not kann man ja hier auch noch was dran machen. Also, so ist es ja nicht. So ist es ja nicht. Ein Chornstein. Da könnte theoretisch. Da könnte ich noch so eine Art Kamin bauen, aber. Nein. Ich wollte das hier, dass man zum Beispiel sagt, hier an der Seite. wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Ähm. Hier ein bisschen dunkleren Stein. Ja. Ist da jetzt eine Wand? Hier ist es nicht. Oh, komm wohl hin. Ah. Jetzt jetzt. So. Machen wir denn noch einen weiter vor? Wohl nee, da könnten wir dann irgendwie zwei Feuer oder sowas reinstellen. So. Ähm. Jetzt habe ich natürlich hier keine Slips oder sowas. Machen wir das so. So sieht es gut aus. So. Hier könnten wir dann vielleicht noch eine Theke reinbauen. Ähm. Ähm. Haben wir Zäune hier drinnen? Hm. Nein. Das hätte ich da irgendwie einen Zaun denn gemacht, aber nur gut. Lalalalala. Machen wir so eine kleine Absperrung. So. 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 Ja, ich glaube das ist okay. Ich glaube das ist okay. Dann kann man hier zum Beispiel... Okay, das sieht nicht ganz so gut aus, aber... So. 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 . So. 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 . So. So. . So. So. . So. 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 . So. . So.